So und weiter geht es am Rosenweiher. Diesmal auf der anderen Seite. Da kommt der Dicke gar nicht so schnell hin. Muss sich da entscheiden, entweder hier oder da. Jetzt sind wir hier, wackeln müssen. Ich werde mal ein bisschen zur Unterstützung festhalten. Da geht die nächste raus. Guckt euch das mal an. Herrlich! Das ist der Rosenweiher. Hier geht es steil. Eine nach der anderen. Guckt euch das an. Da kannst du gar nicht so schnell hin und her und her und hin, weil es beißt überall. Das ist unser Direktbesatz hier am Rosenweiher. Das sind die Goldhamster. So geht das hier. Guckt euch das mal an. Einer schöner wie der andere. Herrlich! Ich freue mich. Da ist die Rute Krumm. So geht das hier. Guckt euch das an. Ja, die sind ganz so klein. Sind die Jungs nicht. Wir gucken uns die gleich mal an. So. Ja, Friedrich Heil.